Ja, unsere Showstars, unsere Künstler, sie machen so und die Frauen tanzen. Wirklich. Und oft sind es ja die interessantesten Paare, wo er 140 ist und sie 11. Maximilian Schell zum Beispiel, meine Damen und Herren, hat eine neue Partnerin. Und wenn man sich das fragt, ist Oskar Preistreich, ist ein charismatischer Künstler, aber trotzdem, wie kann eine junge Frau so faszinierend auf einen älteren Mann reagieren? Es liegt daran, dass Maximilian sie einfach gentlemanlike behandelt. Na, schau doch. Also Sie wollen gerne über meine Freundin was wissen? Ja. Gut, machen wir. Hier ist sie. Stehst du ein Momentchen auf? Bitte. Eva, willst du jetzt singen mit mir? Wir können sogar singen zusammen. Komm, steh auf. Nein, nein, so. Wir brauchen kein Mikrofon. Männer suchen stets zu naschen, lässt man sie allein, lässt man sie allein. Leicht sind Mädchen zu erhaschen, weiß man sie zu überraschen, soll das zu verwundern sein. Soll das zu verwundern sein, Mädchen haben frisches Flüge und verkannten schlechte Flüge. Ja! Steh auf, komm. Ja, sing.